Ich bin Susi und wie ihr sehen könnt, mit Nasen hatte ich schon immer ein Problem. Martin, hast du vielleicht einen Tipp für mich und kannst du mir helfen? Gesichter kommen in allen Formen und Größen. Die Nase bringt entscheidende Charakterzüge mit sich und prägt das Gesicht. Siehst du, wie wir hier durch vier verschiedene Nasen scheinbar vier verschiedene Menschen gezeichnet haben? Achte also genau auf die Details der Nase, die du zeichnen möchtest.